Pilatus! Ja, sie hätten den Formationswechsel beobachten, hätten den Looping und jetzt bereits der nächste Wechsel in die Formationen Kreuz, oder wenn wir sagen Schweizer Kreuz, die TC7-Team präsentiert das Schweizer Kreuz, nochmals wissen es gerade kaum, Schweizer Piloten in Schweizer Pilatusflugzeuge fliegen hier ins Schweizer Kreuz in der wunderschönen Schweiz, hier über Zürcher Seebecki. Musik